Gute Läuse Jungs, komm, wie noch Mars? So, Konzest, du bist jetzt grad noch in die Linie gekommen, ne? Ja. Alles klar. Konzentration. Konzentration. Guck mal, der Busch ist natürlich super geplantet hier, wow, Alter. Props, Props an den Mag... Ne, das ist Deckel, das ist... Das ist einfach Unkraut. Das ist kein Weg. Lass dir mal nicht in die rechts geplanten. Lass dir... Irgendein zweiter Erbe. Okay, eingeblüht. Der Stein ist auch sehr gut platziert. Ich spawn. Wie weiss. Wusstest du nicht, wie man das schreibt? Lackst du... Schreibt mal nicht, mach so. Lass das mal. Ich wende dich wieder, sonst wir sind so unhöflich. Weil man nö schreibt, das ist ja schon böse. Ungemein. Kannst du noch ein netten Zweite hintermachen? Ach, junger Wolf, Alter. Du musst den Bogen überspannen. Jetzt nix mehr schreiben. Bin ich gestoffelt? Bist du los? Hinter mir eingedietert? Ne, ich glaub du... Ein bisschen... Machst du... Machst du jetzt. Machst du jetzt. Weil du geschrieben hast, Alter, schöne Blobs gemacht. Ja, nein. Ich hab doch abgekürzt. Weniger Weckes, mehr Einsatz. Wichtig. So, ich trink mal kurz einen Schluck. Aha. Aha. Erst haben wir uns kurz geblieben. Sehr gut. Hey, wir haben's im Bergsteiger-Regiment. Willst du noch hinten bleiben, Ball? Ja. Ja. Okay. Und weiter? Ja, nichts weiter. Das war ne Frage. So, warte mal kurz. Ja, 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 ja. Wir verschaffen uns jetzt mal ganz kurz Doppellinie hinter mir. Auf rechts, auf rechts die Doppellinie. So, dass alle dahinter kommen. Mach mal keine Doppellinie. Von hinten. Von hinten. Hinten. Lost. Ich dachte, du weißt sowas. Okay. So, ja. Ruhig sein. Ruhig sein. Ja, warum ist die... Die Map ist ja mega groß. Holy shit. Alles klar, kehrt. Ja, eine Doppellinie mehr nach Marsch. Warum denn nicht? Ja, hat schon nicht funktioniert. Ja, wunderbar. Wird's mehr extra viel Arbeit kommen, der Phaser. Wichtig. Gott schütze den Kaiser! Das sieht schön aus, wenn wir mal 1 auf 10 ER. Für den Kaiser! Dort ein Egro. Sooo. Auf beiden Seiten gestaffelt. Und auf beiden Seiten halt. Ihr kommt hier nicht durch. Roadblockade. Lass mal die Mitte ganz kurz offen, sodass die da irgendwie halbwegs durchkommen. Wollen wir... Oh mein Gott. Bisschen anhalten. Hallo. Geht's noch? Geht's noch? Ja, Audis. Okay. Alter. Wir lachen da wie ein Esel, ey. Okay, ruhig sein jetzt. Rechts und Marsch. Wir schießen jetzt blind, Jungs. Ähm. Also wie immer. Ähm. Rechts gestaffelt. Cool. Auf meiner rechts halt. Okay, Jungs. Wir schießen jetzt blind durch den Busch. Oh mein Gott. Links und Marsch. Stell, 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 stell. Oh Gott, da kommt so viel. Auf meiner links. Auf meiner links halt kehrt. Ich könnte mal keinen Blob machen, danke. Geht nicht. Und jetzt leise sein, Jungs. Jetzt leise sein. Bitte zuhören jetzt. Da sind sie. Nicht C drücken. Nicht C drücken. Lass die Flagge. Lass die Flagge. Ablegen. Junge. Muten bitte. Mute dich, Alter. Kannst. Ich kann nicht. Ja, glaub mir. Kehrt. Und auf meiner links gestaffelt folgen wir zum Marsch. Okay. Auf meiner links halt. Jetzt können wir ja die krassen Formationen auch hier austesten. Links zum Marsch. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Folg mir. Folg mir. Folg mir. Links gestaffelt. Leicht. Leicht. So dass sie halbwegs auf dem Weg bleibt. Genau. Gehen wir nämlich auf den Berg und sollten auf die da hinten schießen können. In dreiviertel. Er wird das U-Boot machen und ist jetzt drunken. Ja, wir können das halt nicht. Oh, ihr seht sie schon, ne? Ja. Okay. Eingeliedert. Däune geben. Bisschen Cover. Auf meiner. Rechts. Bisschen verteilen. Freies Feuer. Macht ganz leichte Lücken hier ran. Ihr dürft euch nicht hinknien. Weil es Feuer auf die da hinten, ne? An der Brücke. Schön. Gehen. Oh, war da irgendwo einer. Ich darf was nicht drehen. Äh, ne. Nee. Crazy German. Hallo. JJ, lass dich nicht drehen. Ah, ne. Sie bin, lass ich auch nicht drehen. Weiß Feuer. Geradeaus durch. Schießt auf die Line, die auf der Brücke steht. Die ist ein bisschen besser am Ding gekommen. Wie Brücke steht? Ey, wir hatten da... Bei wem... Cons. Cons. Kannst dich kurz muten, bitte? Also bei dir hört man das ganze Game. Die ist... Die kommen jetzt am Busch, am Busch. Schießt auf den Busch quasi. Da wollen wir rum. Die stehen im fetten Glatt. Ne, warum ist der fetten Glatt? Schön, weil. Knallgas. Okay, da kommt jetzt noch eine Linie. Alles klar, mir nach Marsch. Weg, weg, weg. Mir nach Marsch. Wir müssen hier weg. Weil da kommt jetzt noch eine zweite Linie. Oh, fuck. Tut mir leid. Eingeliedert und nachladen. Dann wird das NG Nummer 1 wieder ein bisschen zum Weinen bringen. Okay, Kommandoseite wechselt. Okay, wie noch Marsch? Nee. Auf meine Links. Auf meine Links halt. Kreisfeuer. Warte, anlegen, anlegen, anlegen. Warten, warten, warten. Warten. Okay, ich schieße jetzt gleich auf den mittleren Teil. Und zwar jetzt. Dön. Kreisfeuer ist aktiv. Rechte Marsch. Auf meiner Rechts gestaffelt und in den Gleichschritt gehen. Schnell, 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 schnell. Eingeliedert, hinter mir halt. Links um. Kreisfeuer. Die bloppen. Die bloppen. Richtig fett. Los halten. Geht dann mit der zweite Linie? Ja. Ist der Ballet-Drop aktiv? Nee. Gibt's nicht. Okay. Rechts um. Im Gleichschritt vorwärts nach. Gleichschritt. Und im Laufschritt wechseln. Ähm. Sollen wir es wagen über die Brücke einfach. Ja. Ach, guck mal, voraus ist noch eine Linie. Das ist verbindet. Boah. Jungen, auf was haben die auf uns geschossen, Alter? Die auf die da hinten. Mh. Das hat sich aber so angehört irgendwie. Also bei mir jedenfalls. Ohja, das könnte jetzt unser Tod sein, in der Theorie. Es ist so eine Falle und wir fallen einfach runter. Ja, dann fall ich runter, dann könnt ihr schnell. Kehrt Marschen. So schnell denken wir nicht mit. Boah, das Wasser sieht aus, als wenn wir eine Öte bist. Naming hier. So, okay. Ruhig sein, ruhig sein, ruhig sein. Ähm. Wo hab ich Kakao von der Seite? Von welcher Seite? Oh Gott. Links gestaffelt? Links gestaffelt? Ne? Okay. Gut. Oh, ich sehe sie. Ja, ja. Mal gucken, hoffentlich sind sie so dumm und bleiben stehen. Ihr Mongos, Alter. Okay, ein bisschen aufsplitten. Ein bisschen aufsplitten. Ein bisschen aufsplitten. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Pass auf, wir chargen jetzt die Linie hier vor uns weg. Linie? Ja, diese kleine Line. Aufsplitten, Charge. Ist so tumpäisch. Wenn die sich ergeben, muss man sie irgendwie... Abschlachten. Keine Verluste. Pass auf, wir ploppen. Nicht so krass ploppen. Nicht so krass ploppen, Jungs, komm. Der ergibt sich, der ergibt sich. Ja, okay, mir noch Marsch. Schnell, 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 schnell. Kann man die nicht töten? Nein. Wenn sie sich ergeben nicht. Auf meiner rechts, auf meiner rechts halt freies Feuer. Bis halten, bis halten, bis halten. Anlegen. Ich seh die noch hinterm Baum. Ja, 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 ja. Nein. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Mit nem Schieß drin. Achso. Und Feuer. Auf den. In Charge. Ja, das war Charged. Alter, das ist die blöd. Haben. Gecharged. Muss ich verteidigen. Ey, der ist gut hier. Der Offizier war... Darth Killer kann ja blocken, alter. Holy shit. Ja, ne, krass. Ich hab mir gedacht, die dürfte ich mitkämpfen. Hä? Hä? Die Säcke. Ja, okay, mir noch eingegliedert. Und auf meiner links erstmal halt und ladet mal durch. Oh, das war... nice. Ja. Ja, Nummer eins, ihr seid intelligent. Ja, komm, da kommst du durch, alter. Solange du dran anrenst, Jukaras, alter. Mann, Autist. Wo ist jetzt der Rest von denen? Rechts in Marsch. Lad noch durch dahinten. Lad noch durch. Ihr könnt noch durchladen. Das ist hier nicht belagert. Ihr könnt aufschließen, wir machen hier ein paar Kurven. Alter, unser Team hat fast keinen verloren, ey. Wegen des... Ah, wir haben... Wir haben hart durchgecarried gerade. Mit dem KK. Wir haben das KK, ja. Die waren ja mehr als wir. Was hatten die jetzt eigentlich vor? Dachten die, die gewinnen jetzt in Charge, oder? Ja. Wir haben alles vorhin weggeballert, ne? Ja, aber selbst dann. Da hinten kann man wieder aufs Dach gehen. Wo schießen die? Ja? Okay. Da sind ja die Kills auf. Ich wollte gerade von der Butter mischen. Glaub ich mehrere Häuser, wo du rauf kannst. Die chargen. Da wollen wir auch mitmachen, ne? Ja, gleich links. Auf meiner rechts, auf meiner rechts. Da hat Freies Feuer. Ne, links, 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 links. Freies Feuer. Schieß. Beide Seiten, beide Seiten. Komm, mach einfach. Irgendwie. Shout. Ja, müsst ihr callen, alter. Das haben wir nicht gesehene KampON. Nicht Oooo schreien, oder so. Ah, Claudie. Der Kamoser Busch. Ja, lauf mir nicht vor die Flinte. Pass auf, jetzt mach kein Teamkills. Oh Mann. Ja. Ibiim's Einfuchs, ja. Ja, oh, hahaha. Gleiche Position, macht mal bitte eigenständig schon mal ne Linie, ich krieg mal Schluck. Boah, Alter, hab ich Kopfschmerzen. Heute machen wir keine Nachbarnsprechung, sag ich schon mal. Ich bin schnell, dass das ist. Hab ich keinen Bock drauf. Ihr könnt auch schon, ihr könnt auch einfach ne Linie daneben machen, aber auch nicht schlecht, sieht schön aus. So, JJ. Fuck, sorry. Du bist auch da, ne? Du darfst krinken. Liedert euch mal vorne an, keine Doppellinie. Lieb's Clou, Eastland. Lieb's Clou? Lieb's Clou? Will noch Marsch? Ja, lol. Lauft einfach an ihr vorbei, ich steck ja gut da jetzt. Das Ralf hat den Löffel abgegeben, ich bin jetzt hinten. Okay. In dem 1v1 macht's mehr Spaß. Ja, ihr habt halt nicht viel zu tun hinten, ne? Ja. Soll jetzt laufen wir nur noch rein, die dürfen. Ich glaub mir, 1v1 führen macht mir auch mehr Spaß als das. Gibt's Clou? Ja. Aber ich find halt, Kohlberg ist halt so das einzige Event, wo man halt, da können wir schön schnetzeln und lass mal was anderes, das ist mal Abwechslung, find ich, ne? Das ist dann... Ein bisschen toll. Und ich find, ich find ganz ehrlich, also wir machen halt so Taktiken, ich versuch ja so, dass die meisten überleben. Das gelingt mir nicht immer, dann ist das sogar noch ganz geil. Crowley, kannst du ganz kurz übernehmen? Crowley übernimmt ganz kurz. Halt? Ey, was soll ich jetzt machen? Wir machen halt. Weiß, genau. Warte an Augen. 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 Ich find, wie ihr da oben drauflassen könnt. Das meint. Aber ist egal, ist okay. Nee, wir lassen euch nicht so. Er wollte wenige Verluste machen, ne? Crowley, Crowley, Crowley. Crowley Erstenskopf. Jaja. Wir gucken mal. Hm. Da links ist irgendwie Kacke, find ich. Also find ich nicht so interessant da jetzt zu kämpfen, weil da ist einfach nur auf Range komplett. Ich würd am liebsten nochmal die Büsche dahin gehen und dann einfach blind feuern. Das klappt ja bei uns relativ gut. Weil ich euch anzeige wo ihr hinziehen müsst. falls ihr euch erinnert als wir noch im wald standen damals das ist wahrscheinlich sparta rechts gestoffelt auf meiner rechtsseilfreist war das durch jetzt wurde ich schon blocken auf der dritte noch eine salve noch eine salve noch eine linie ja ich weiß anlegen anlegen restlegt an die bleiben jetzt nicht stehen sind die geistig sie bleiben stehen freies feuer zurückfallen 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 auf meiner links alle können noch schießen wir sind noch eine linie war tut mir leid jungs für die verluste und wir haben 100 prozent doch doch könnt ihr gehen geht noch nicht nach vorne gehen nicht nach vorne gehen einständig jetzt könnt ihr jetzt kannst du kaufen ja jetzt schon die bleiben immer noch stehen sind die lost da kommt noch eine zweite linie ja die machen wir auch schuss halten sagt einer schuss halten man sagt einer wenn durchgeladen ist auf beiden auf beiden seiten auf beiden seiten freies feuer auf beiden seiten auf beiden seiten auf beiden seiten das dritte hofer her let's go jungs jetzt müsst ihr aber auch treffen hier hinten auf der brücke auch noch ne ja ja schießt auf die brücke weiter obwohl auf meiner rechts noch mal neu formieren und freies feuer auf die auf der brücke komm nicht mehr nachladen nicht mehr nachladen nicht mehr nachladen komm eastwind frage können können wir nicht schießen und links ausbritt noch ziemlich hart das habe ich nicht gesehen tut mir leid kam die denn her geil wir haben sie wir haben sie dahinter ist das danke danke für den call freestyler sorry jungs alter habe ich nicht gesehen hier ist noch einer Nein, für den Call, dass die Links waren und auch für deinen Call, danke. Schön. Okay, geht wieder auf die Position, wo wir gerade waren. Schnell. Geht dahin. Macht schon mal eine Linie, sodass ihr drei vierteln könnt. Auf meine, Linie auf meiner rechts, Linie auf meiner rechts, Linie auf meiner rechts. Machen wir so. Die schießen nicht. Anlegen, 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 freies Feuer. Die ist auf den vorderen Teil, auf die vorderlinie. Der Rest ist irgendwie nur Musiker. Was ist da los? Das fühlt mich als feiner ziemlich nerven, wenn meine, ja. Auf der anderen Brücke, wo du jetzt die Runde rüber gelaufen bist. Die rennen weg, sind glaube ich jetzt weg. Oh, sorry, Jungs, für den Schuss in die Seite. Ich habe das nicht gesehen. Tut mir leid. Wo kam die denn her? Schnell ich über die Brücke. Am Link wahrscheinlich von unten, ne? Unten dann, scheiße, sorry. Da links ist das Kaka. Unser Team ist aber auch gut, Alter. Links im Marsch. Wo steht eigentlich das AR? Da unten. Oh, warte. Auf meiner rechts. Auf meiner rechts, jetzt, jetzt, jetzt. Und freies Feuer geradeaus durch. Oben, 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 oben. Auf die oben. Schieß auf die oben. Können wir besser treffen. Oh. Gefreiter Blake. Gefreiter Blake. Ja, ich sehe sie. Oh, da unten. Seht ihr unten die Doppellinie? Unten links? Schieß mal da. Alter, ist das heftig. Lassen Schuss fest. Oh, Alter. Schuss halten. Kommandoseite wechselt gleich. Nach dem Nachladen. Gehen wir mal über rechts. Die Brücke da her zu gehen, bringt nichts. Wir nach Marsch. Da sind wir tot. Wir müssen... So möchte ich das übrigens am Scoreboard sehen, ne? Wenn ihr mal einmal Tab drückt. Auf mir ja gar nichts, ey. Ja. Ähm. Wir gehen mal jetzt... Ja, unser Team ist echt wack. Äh. Wir gehen jetzt mal über rechts auf den Berg hoch und versuchen mal ein paar finale Schüsse noch reinzubekommen ins Karkazin. Rechts gestaffelt. Und wir sind gerade... Oh, scheiße. Das ist ausgeglichen, ey. Fuck. Mann. Wir hätten halt vielleicht zwei Verluste gehabt, wenn die nicht in die Seite geschossen hätten. Die Säcke. Ja, dafür haben wir die komplett ausgelöscht. Ja. Hat sich auch nicht gelohnt für die. Das ist jetzt wenigstens spannend. Wenn die lead hat. Ja, für die Leute, die noch leben. Ja, für mich nicht. Oh, Jallok ist tot. Okay, aber guter Qual. Das nennt mal Teamplay. Teamgeist meine ich, nicht Teamplay. Ich schweb mit dem Ruck. Ähm. Toll. WTF? Habt ihr das gesehen? Ja, geht links her, geht links her, geht links her. Links, links, links. Oder so. Eingeliedert. Das war... Ach, deswegen sind sie gerade so gebloppt. Das ist Kakao. Junge, jetzt laufen die über die Blicke. Wollt ihr mich verarschen. Ja, egal. Aber ist das das... Ist das das Kakao? Ne, ne? Die stehen unten am Hügel. Das Kakao ist auf Doppellinie. Ja, ist okay. Okay, ja Jungs. Ja, 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 ja. Echt? Die stehen jetzt unten am... Ja, die gehen jetzt hoch. Die gehen jetzt hoch. Da kommen 100.000 Leute. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ne, die gehen jetzt über die Brücke da. Über die Brücke. Ja. Alles klar, das ist... Auf meiner links. Auf meiner links. Halt freies Feuer. Schieß da rein. Schieß da rein. Schieß da rein. Gute Schüsse Leute. Schön. Schön. Ja, halt sein mal leise. Wir treffen ja. Alter Scheiße. Schock hier. Oh, schießt auf den... Schießt auf die Mitte ein. Vorne, 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 Mitte. Vorne, Mitte, vorne, Mitte. Schön. Auf meiner links. Durch meine Muskete. Freies Feuer. Schnell, let's go. Let's go. Oh fuck. Zurück fallen. Ohhhh. Ne, die schießen auf die andere. Die schießen auf die Strecke. Okay, auf meiner rechts halt. Kehrt freies Feuer. Alles klar. Wir wollen, wir wollen keiner. Die Jungs, die gerne köken. Die schießen nach der Strecke. Ja, dann gucken wir deren Doppellinie an. Was ist das? Jawohl. Schön. Woh, hast du aufs KK geschossen? Ja. Schön. Die sind... Sind die Dummen, alter? Ja. Ich weiß gar nicht, dass ihr die... Ich weiß gar nicht, dass ihr die... Jo, alter. Juni! Alter. Wir treffen ja gerade alles. Alter. Alter, was sind... Alter, ich hab gerade zwei LR Flashbacks. Immer noch? Schießen oder? auf meiner links gestaffelt vorwärtsmarsch da lädt noch jemand nach auf meiner links halt bist du durchgeladen da hast du einmal abgebrochen oder was rechts und marsch ich hab ne idee wo gehen die denn her gerade dann gehen wir ich weiß woher die auf die seite würde ich das ist jetzt aber streng genommen kein weg ne alter aber ist ja bergab da können wir nichts für sie sehen ich glaube die haben uns noch nicht gespottet wieder hinter den ja okay hier halt rechts um ihr seht die da hinterm busch wo die flagge ist links neben der flagge müsst ihr kiezen jetzt seht ihr sie jetzt seht ihr sie jetzt seht ihr sie jetzt sind die geistig ja schluss halten links gemacht da kommt links jetzt eine neue links sind noch sechs bei uns auf der höhe nein da sagt ja sehr gut direkt hinter euch sind welche wollen wir sagen ein team das lassen machen wenn man die feinde tötet eines war darauf bezogen dass wir keine teamkits machen sondern wir kennen die feinde junge denkt doch mal mit die linie ist aber woanders war nicht so geschrieben ich habe auch mal alles die verrecken alle im charge ich habe mich vertan ist doch nicht spannend geworden ihr habt einen für uns heute warum denn weil wir sind ja auch krass der oberst phaser ist einfach unglaublich stark die rennen aber auch weg vor uns habe ich das gefühl was 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 noch mal noch mal liebst du war es kein call ich dachte ich habe wahrscheinlich links von euch ja ich weiß ich weiß wo wir reinschießen das ist bei der nachbesprechung anmerken ob wir nicht vielleicht ein team für uns bekommen die gegner haben ja gar keine chance wäre ich kommen wir wollen wir müssen start jungs russen start ja aus dem start es war vorhin 33 33 jetzt ist 30 gegen sex wenn sie ist beim c doch mal die laufenden oh gott geht nach links bitte euch nach links auf die haben wir drei schuss jetzt haben wir so ein verlust ich sag's recht kein verlust ein verlust und versprechen jawohl richtig total runde mit in der linie aber nicht auf dem stein der schweiß fuchs oder der macht kaputt und immer mehr mein gott die stelle nicht zu seite drin beim nachladen jetzt jetzt lade ich gerade nach liebsten ja hast du schön gemacht mach mal ganz schnell einen abfluch er ist ja ja hier hinten naja abfluch hallo ich dachte grenzen werden jetzt verboten das ist zwar eher blöd ob ihn krass bitte lass ihn lass ihn lass ihn lass ihn lass ihn lass ihn jetzt rennt der der wollte der wollte safe ein screenshot machen alter jetzt rennt der wie ja so ja guck mal wie viele das ist weil er steht ja lass ihn lass ihn lass ihn lass ihn lass ihn das ist doch nicht irgendwas ist ein schadensparter oder so crowdy let's go maxo ab in die mitte und wir gehen mal links her würde ich sagen oder wie nach marsch haben noch ein paar grenzen händel und grenzen ja aber egal wenn man nicht schreiben kann ach so ist das kein heal kein heal kein heal komm nicht klar ich bin einfach stehen geblieben sehr gut ist sehr gut ist und gut gemacht er wird aber auch mal dümmer alter ist das nicht das ist ein bär was kippen balu ich hätte aber keine hose ich hätte aber keine hose ja ich auch nicht was ja ich auch nicht was ja das hat wohl was ist das eigentlich für ein krüppelbaum da vorne nicht wie hast du geister bauen alter ist ein bisschen groß gemacht ne das ist eine weide ok so jetzt halt mal ein bisschen leise bitte weil jetzt muss ich mal gucken weil wir haben glaube ich gegner voraus sonst würden obwohl das enge Nummer 1 schießt er eigentlich nur across der map ne oh megu oh man ah ich wusste das ist so ein fernkampf scheiße hier ah da ist eine rippellinie rechts ok und mal auf meiner rechts halt auf meiner rechts auf meiner rechts auf meiner rechts halt ja mach ich schon mit grund keine sorge das haus ist nicht groß genug ach man unsere linie ist einfach zu groß ja warte wartet ok und auf meiner ja du musst jetzt gar nicht so und auf meiner links meiner links neu formieren links genau richtig und freies feuer ja warte auf meiner links auf meiner links auf meiner links und freies feuer jetzt seht ihr was mit drei vierteln nehme ich hin oh rechts von uns rechts drauf 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 Sieh Fuck off Wo sind die hin? Links Links Auf meiner Links Roleplay intensifies Lade durch, lade durch, lade durch, lade durch Oh mein Gott, warum sind die so groß? Freies Feuer Oh fuck, das wird nix, das wird nix Kommen wir uns Nummer 13 Scharfstätzer, freie nix Nummer 13 Scharfstätzer regeln Ist das wahr? Rechts um Marsch Oh Gott Rechts um Marsch, komm lauf, lauf, lauf und Fresse halten Jungs Wie nach Marsch Lauf hin Ich kann nicht, warte, warte Rechts halt kehrt, freies Feuer Rechts um freies Feuer, Alter, ich bin so down Komm, freies Feuer jetzt Wolf, Alter Ich dachte, du löst weiter, wollte ich halt recht Oh, easy Oh 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 Bei mir ist noch ein Block im Ding Komm, mach das jetzt Ganz adult schießen Den Ego Ja, die kommen jetzt Nee Scharfschütze, also wenn Kann man ja mal dem KJL sagen, die dürfen sich nicht zur Seite drehen Warum treffen wir denn jetzt? Warum treffen wir denn, wenn wir nach hinten gehen? Kann mir das mal jemand sagen? Schluss halten Die Distanz Und guckt einfach nach vorne, bitte Dreht euch nicht die ganze Zeit um und macht keine Lücken in die Map Map sah ich schon, Alter Ich bin so down in die Line, ja tut mir leid Links in den Marsch Und tu mir den Gefallen, wenn ihr sterbt, schreit nicht so Ist doch nicht wahr, da sind wir hier im Kindergarten Close War übelst laut da, Alter Auf meine rechts Dort halt, genau Wartet Ablegen Ja, wir gehen, wir pushen jetzt vor Links in den Marsch, wollen wir das KJL endgültig aus dem Leben ficken oder wollen wir jetzt KK gehen? Parka Parka, alles klar Alles klar Alles klar, dann let's go Du musst das verstehen, wir leben gerade das Roleplay, ja? Also wenn wir angeschossen werden, tut das halt weh Erstmal Master-Tentrümme verwirren, jemand Muss los Diese Brücke schaut nichts an Habt ihr es jetzt? Ja Die Pfeiler sind gut platziert Realistisch Moderne Kunst Muss nochmal anzweifeln hier, Alter Ist das nicht realistisches Später dürfen wir nur mit 5 Leuten gleichzeitig auf die Brücke Baufällig Auf der Brücke nur kriechen Kiesl ist jetzt im Im KK Ja, war der nicht auch 10? Ja, ja, war auch eine zweite im 10 Aber ich glaube, der wurde gerade befördert oder so, keine Ahnung Irgendwie machen wir auch ein bisschen Richtig, Staffelt Eingeliedert Ist aufgefallen, dass 2LR verliert immer mehr Leute ans dritte OPR Dieser Gizmo ist jetzt auch im dritten OPR Oder wenigstens in weiterer Das dritte OPR ist ja auch attraktiv mit ihrer Mannzahl Und die haben Altersdurchschnitt Und die haben zwei Weiber im Regeln Oh Ciao Da geht ihr Da geht ihr auch, oder nicht? Oder hat nur 6 hier Ah 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 I see what you did there FBI Ok, und auf meiner Rechtseid Rechtseid Und Freisfeuer Geradeaus durch So, wenn die da jetzt durchlaufen Es sind die Freisfeuer Geradeaus durch Oh, wir treffen wieder was Schön, Mono Wolfi So, Darf ist auch ein Autist, oder? Was hat Darf da geschehen? Ich hätte jetzt geschehen, mir hat etwas von sich hin Bis halten Bis halten War hier keiner Ja, und ablegen Ok, ähm Kommandoseite wechselt Rechts um Marsch Wir suchen uns ein bisschen höher Das ist verblöd Rechts um Äh, rechts gestaffelt Oh mein Gott Rechts gestaffelt Ja, ist gut crazy Alter, hast du es jetzt mit ausgelachen? Nee, ich bin gut Danke Ich kann gleich anzusingen Weil du geschlafen wirst Alter, hast du wieder Energie Auf meiner Rechts halt Kehrt Freisfeuer Oh, jetzt gehen die weeeeg Guck mal, da ist das Kaka in der Mitte So, jetzt kann ich ja mal ganz kurz an meinem Eis schlürfen Warum finde ich das lustig? Was fällt ich mit mir? Sorry Gardo ist durch im Dorf Dreierlinie, plop Wenn ich treffe werde ich doch Musiker Wenn du jetzt einen Headshot machst, wirst du ein Musiker Oh ja, Mann Du bist zählt auch, oder? Ja, ich muss halten Und rechts um Marsch Ja, ich weiß, es sind nicht alle durchgeladen Müsst jetzt mal drauf scheißen kurz Links gestaffelt, links gestaffelt, links gestaffelt, links gestaffelt Oh mein Gott, das ist nicht wahr Ja, die sind so viele, dass die gut treffen Ich hab ne Idee Eingeliedert hinter mir So, schnell plop beheben Ja, rechts um Marsch heuer Die sind ein bisschen beschränkt, die wissen jetzt nicht mehr, wo wir sind Ihr wisst ja noch, wo die stehen Am Ausgang Bis leid Jungs, quasi auf den großen Baum, direkt voraus Radars durch Rolf links Bisschen weiter links Ja, genau Ortsangene Das KK kann jetzt gar nicht mehr auf uns schießen Weil die nicht mehr genau wissen, wo wir sind Das können die nicht einschätzen Aus dem Augen, aus dem Sinn Vor allem schießen sie sowieso aufs 2R Die sind da heik, oder nicht? Junge, was holen können sie auch mal aufhören Ne, die sind da noch Schluss halten Ablegen Links um Wollen wir chargen? Ja Durchbeladen Wir machen ein Drive-By würde ich sagen Und dann gehen wir in den Charge Bei McDonalds? Alter Das ist ein Drive-In Das ist ein Drive-In, du sperrst Ne, machen wir nicht Drive-2 Oder McDrive Einmal schießen wir noch? Ja, wir machen noch einmal Wir machen gleich nochmal Sonderformation Also sprich, halten, antäuschen Und machen dann eine Linie in der Mitte, okay? Such dir die Mitte Such dir die Mitte, Maxo Du bist zu weit vorne Ja Upsa Ähm Alter, das macht dir eh keine Ahnung Das ist checken Sorry Ich erkenne die Alter, sie kommen, schießt in uns rein 2 LR Dann schreiben wir alle Troll oder sowas Und dann Okay, Jungs Okay, jetzt konzentrieren Jetzt gestoffelt Wir sind nämlich jetzt direkt vor uns Drückt mal alle C Alle gegliedert Okay, da sind sie Und dort auch Okay Ja, 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 ja Ich weiß, ich weiß, ich weiß Ich hab ein Arsch Dort halt war das Feuer So, ja, als ob die doch so viele Schüsse haben die denn Das ist kacke Ja, da haben wir getroffen Musiker Aufschlinden, Schatz Aber kein Headshot Pass auf, die sind wir normal Komm, hinter, geht hier, geht rechts übers Haus Rechts, rechts, rechts Alle nacheinander Komm, Jungs Jetzt haben sie keinen Schlüssel mehr Aufs KK, aufs KK, aufs KK Komm Alter, das ist scheiße Der ist ganz Team Russland Ja, ist egal Die können ja nicht schießen jetzt, wenn wir Ihr müsst euch ein bisschen unter die hier Was ist denn die Kacke? Die schießt einfach Wo hast du die Frage? War die ganze Zeit im Charge mit? Der guckt lieber zu Oh mein Gott, ich poke ihn Der wird verletzt 50 Dann ist wirklich der Moment Von Playgate Oberstar hat zwei Teamkits gemacht gegen mir Gott, was machen die? Ja, Locke, ich geb dir einen Euro, wenn du den offiziert würdest Einen Euro Wo ist denn der? Ja, ist okay, ihr habt jetzt ein Click reingeschrieben und raus Fällt mir grad eigentlich bei uns, weil er nur outstanding Jungs, es sind doch Leute am Leben Komm, kontrolliert euch, macht das Oh fuck Er rot Er rot Gab's den? Der sich ergibt nicht töten, ne? Na Junge, mach die weg da jetzt, Alter Ja, den einen kannst du auch töten Das ist aller nett Komm, jetzt mach ihn jetzt Das ist der letzte Er hat die Waffe gezogen Unterrekrut Läuft, letzte Runde Das ist ein wirklicher Rang bei denen Können ja noch Mein Gott, das ist ein Unterrekrut Machst du mal ne Linie? Nein So, wir gehen Wollen wir mal eine Miliz machen, Jungs? Ja, geht mal eine Miliz Aber nehmt die Kavalerie-Muskete Nehmt alle die Kavalerie-Muskete Die ist OP'ed Komm, wir machen Nehmt die Kavalerie-Muskete Und wir machen Oh lol, 2LR macht uns nur ab Und wir machen hinten ne Linie Macht ne Linie hinter mir einfach hier Alles klar, ihr habt mich gefunden Ich geb ein Rauchssignal Nummer 13, bitte nicht die Miliz nehmen Wirkt doch jetzt nicht Wenn sie Russland nehmen, müssen auch damit rechnen Das ist was Leute nehmen Können wir jetzt mal ein bisschen drauf Ach, Wolf Das dauert von der Kandiga an hier Wolf, siehst du diese Axt? Ja, ich will ja nicht sagen, aber Kann man sich hier drin verstecken? Ne, kann man nicht Junge, der soll ja Dig, Alter Lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn Lass ihn, lass ihn, lass ihn Junge, hört zu Ja, ich weiß Er wird zu uns halten Okay, Leute Viel Spaß So, Yalok Schönen Abend Schönen Abend Da kannst du ja eine nehmen Ja, hab ich Wolf ist, ah ne Das Ding ist, Jungs Cavalry-Musketen sind im Nahkampf OP Ne, weil die Jungs, die können nicht zur Seite blocken Also ich mein, die machen in Aside-Blocks, ja Bei Musketen Aber extra zur Seite blocken können die nicht, glaub mir Beim Schießen, jetzt haben wir zwar kein geschossenes Fadenkreuz Aber die ist auch noch ein bisschen präziser und man kann schneller nachladen Also sprich Geil Der meint verloren, der ist los Ne, der ist da Ne, der ist da Gewalt, geil Ach ja Komm, Jungs, jetzt Lauft in der Linie, jetzt hört auf zu schreiben, Alter Ganz einfach Lauft doch einfach in der Linie, müsst ihr nicht da Und wenn ihr schreibt, Junge Machst du irgendwas stehen oder wenn wir gerade nur geradeaus laufen Nicht, wenn wir scheiß Kurven laufen Kriegen nur irgendwelche Blobs Hallo Hat sich bisher aber noch keiner beschwert, deswegen scheint das wohl erlaubt zu sein Finde ich auch mal geil Warum denn nicht Wir sollen ja beschweren die sich ja nicht Okay Okay, auf meiner, auf der Ah, auf meiner rechts, auf meiner rechts, auf meiner rechts Wartet, ich muss Hau grad ein paar Blobs ran, ich weiß Auf meiner rechts halt Geradeaus durch, wo wir gerade die ganze Zeit standen Freisfeier So kombiniert Geradeaus durch Auf dem Berg, genau, genau Jetzt habt ihr ein bisschen Jetzt habt ihr einen leichten Knick drin Auf meiner rechts nochmal Auf meiner rechts neu formieren Ja, ich formiere jetzt nochmal anders Jetzt, jetzt Neu formieren, genau Jetzt solltet ihr der hintere Teil auch ein bisschen mehr sehen Wenn die sich formieren würden Hat sich was verändert? Geradeaus durch, einfach Ihr seht sie nicht, ne? Ähm, nur ein bisschen Und seht den Rauch Ja, jetzt seht ihr sie Ja, jetzt seht ihr sie Jawohl, obwohl Dann machen wir nochmal auf meiner links neu formieren Auf meiner links Und jetzt habt ihr aber einen Freis Ihr könnt laufen, lauft einfach Auf Jungs, kommt Links 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 Okay Mauli ist immer der hinter dir, Jungs Ich schaue mal Oh, da war ein paar jetzt Meiner Locken so hart rein, Jungs, ihr seht ihr doch jetzt Grados durch, Grados durch Mit der Flagge sogar jetzt Oh Oh, wir treffen so hart, ne? Aber wir haben Jawohl Endlich Endlich Hier ist die Fürs Proletariat Unsere zwei Scheiße, ich hatte noch Halbes Leben Die hielt ein bisschen besser Sieh, oh, schön Ah, meine Vorabhahn Haben wir die nicht grad schon getötet? Oh, ich dachte grad, ne? Ja, ich dachte auch. Paar schießen jetzt zurück, aber nur einzelne waren alle. Schön, F.O.L. Schuss halten. Wir treffen ja nicht. Und rechts im Arsch. Warum auch immer. Haben die vielleicht eine Reichweite? Ne. Wir haben ja getroffen. Wir haben ja drei Schüsse getroffen. Wir haben einen Turm. Loll, sorry. Gleichschritt, Gleichschritt auf meine rechts. Wir bringen uns mal ein bisschen anders. Vielleicht ist es einfach der Positionswechsel. Vielleicht bringt das ein bisschen mehr. Vielleicht treffen wir da ein bisschen besser. Und auf meiner Rechtsfreiheit und freies Feuer. Grados durch. Die stehen immer noch in der gleichen Position. Alter, wir gehen mal schnell laufen hier. Genau, ihr könnt jetzt schnell laufen. Der hintere Teil kann schnell laufen. Weg durch. Walter, wo geht's hin? Grados durch. Ah, okay. Äh. Hopf. Schön. Junge Wolf. Der glaubt mir meine Kills. Gäbe es Assists, das wären alles meine. Wie viel Schuss habt ihr noch? 22. 22. 23. Ey, kann mir jemand Bescheid sagen, wenn er bei 10 ist? Ne. Okay. Notfalls. Ich bei 5. Stell doch mit. Ich hab nen Hit. Die hitten halt die ganze Zeit nur, hab ich das Gefühl. Ja. Muss man denn hinziehen? Da betrifft nur den Baum. Links am Arsch. Okay. Oh ja, hinter uns. Ja, lauft, 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 lauft. Ah. Oh. Ja, halt. Nachladen. Jungs, Mann. Kommt. Was ist denn daran so schwierig zu laufen? Ich glaub das KGL vertut sich gerade gewaltig. Ja. Auf meiner rechts gestoffelt? Ne, das ist so tot hier. In Gleichschritt? Ja. Oh ja. Oh ja. Ständig gesandwiched. Schnell. Nichtes. In denn dem ever istm, wenn's Schiff drücken ist, Mann. Was ist denn da so schwierig? Und auf meiner rechts halt, Freistfeuer. Gebt dem den Rest da noch. Schön. Und auf meiner linksneuformieren, linksneuformieren, jetzt? Und Freistfeuer geradeaus durch, links da ähm, quasi am Busch, Busch, geradeaus durch. Die noch mal hin für die Leute, genau. Auf unserer Seite war es noch eine Linie, da? Ist das Jetzt. Ja, ist das jetzt. schön okay die kommt auf uns zu ja auf meiner rechts und links neu formieren geradeaus durch geradeaus durch anlegen 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 rechts um rechts im marsch gleich schritt kurz und in die laufschrift wechseln bringen sie raus und in die gleichschrift wechseln meine links das war ekelhaft antäuschen ja alles gut alles gut jungs alles gut alles gut ja das war krass hat das ng nummer 1 mitgedarft wohnen wir den noch hinterher schießt nehmend ja auch mal links halt freisfahrer gibt es erstmal ein kill für crowley ab jetzt schön schluss halten schluss halten andere seite wechselt links um und marsch ganz laufen links gestaffelt auf meiner links halt ihr seht das kaka im dreiviertel ja also quasi die sind immer noch da oben gleich position schluss halten schade was treffen wir denn nicht jetzt rechts im marsch wir gehen am besten unter der brücke her oder an der brücke ach du scheiße ja halt links im freisfeuer geradeaus durch österreicher blaue hosen blaue hosen kaka ich werde nicht auf uns schießen ja weil damit sie keine schüsse rein bekommen wir haben jetzt auch gechargt schießt 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 einfach weiter ich kann jetzt ein bisschen und schuss halten schön auf die freuter blake ja schuss halten wir warten bis der charge euch aufgelöst hat bis sie sich wieder eine formation finden anlegen auf der brücke auf der brücke auf der brücke auf der brücke teuer gesagt werden da wieder geschossen anlegen melden ja die reihen ja nix jetzt werden sie ihr seht ja noch die flagge wo sind die denn hin anlegen ich glaube so klappt das besser mit dem partisanen und ja das bildet euch auf jawohl auf geht's obwohl ja brauchen wir da noch hin wir beobachten das nimmt keulen in die hand jungs oder wollen wir das beobachten von hier das war beobachten ja kommt zu mir kommt zu mir ja warte mach ich ich bin schon fast da ich fühl mich hier oben sehr äh hab's schon gemacht schön wir sind das blikor blikor da brauchen wir gar nicht erstmal hin springt von nicht springen nicht 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 für die kd kd muss gesaved bleiben lol mach so soo gleiche position wieder eine linie machen nicht die axt weggeschmissen nicht die axt behaltet die axt hinter mir linie axt behalten liegen noch hier liegt immer noch eine hat zweit er jetzt gewechselt ne ne doch doch hat ein paar von denen paar nicht kommandoseite wechselt komm in die linie guck mal guck mal guck mal du seid gewechselt crazy ich war grad am ehesten ich darf wieder rumholt wegen drei viertel wie soll man nicht so heulen alter der kek solche advanced taktiken sind historisch aber nicht belegt oh jetzt machen die uns nach ja dann werden wir da mal reinschießen ja dann gehen wir mal eins macht uns nach う d der einer hat's immer noch nicht hinbekommen Oh Friedrich digga Der wird aber nicht wiederbeleben Der lernt sich Kiff, gemeine Hat er das hinbekommen? Ja Ja aber Friedrich nicht, der ist normale Linien ein Digga, ich kann er nicht Ey alter blöder Wichser ne Hinter mir halt Ja Colli du machst noch mehr Blobs da jetzt rein Wie noch Marsch? Lauf ja alter Lauf, ich komm mit dem Schwert ran Auf meiner Links Auf meiner Links halt, legt an Ablegen 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 Hallo Ich wette Wolf hätte gerade genommen Er hätte auch getroffen Das war nur ein Scherz Wolf Du hättest jetzt nicht schießen sollen Da wäre das Spaß wieder blöd gewesen Was ist denn mit dem PY los? Wollen die so viele Leute her? War auch wieder so viele Die ganze 5 So mal gucken Ich warte erstmal bis ich sehe Wo sich das KK hinbewegt Und gerade dass wir da Gerade dass Leute aus uns vorher rausglauben Ja ich sehs Warum siehst du das? Was? Bleib mal stehen Jungs Bleib mal stehen bleiben Und normale Waffe raus und ein Schießmodus bleiben Bleib mal sehen Bleib mal sagen Bleib mal sehen Bleib mal sehen Bleib mal sehen Bleib mal sehen Ich mach einen Screenshot Oh ist die Linie hässlich haben wir nicht so schön gerade gemacht auch jungs ich wollte gerade einen screenshot machen das war kommando seite wechselt könnt ihr machen danke ich sehe sie um nach marsch wir gehen aber in einen aus versehenden dreiviertel auf meiner links auf meiner links halt preisfeuer klar das durch ihr sitze das ist ja haben wir nicht gesehen genau mal übersehen ich zur seite drehen ja weil der offiziere kann den das haben ich kurz übersetzen ja reicht jetzt ablegen was machen die jetzt hier ja ist blöd auf die range irgendwie betreffen nix warum auch immer ich hieß normal hier schießen in die seite die seite kick ins kaka junges bitte in der linie in der linie nicht von nahkampf in fernkampf modus die ganze zeit wechseln weil das macht euch langsamer außerdem in der linie nicht unbedingt axel die ganze zeit rausnehmen ich zu zwei letzte warnung alter ja was habt ihr denn da für block der jetzt in der mitte geschafft nur durch die ganze zeit immer noch weiter den nahkampf modus reiben und raus machen dankeschön wer ist denn das eine ahnung wie da alles ist das ist denn ich ja aber ich habe nicht gewechselt ach vorhin hast du das ist einfach so gebildet ja jungs hört einfach drauf hört doch einfach drauf was ich sage und gut ist müsst ihr nicht dann extra provozieren ist doch nervig macht doch keinen spaß genauso wenn ich sage kein c und dann wird extra c gedrückt das ist halt auch kein ziel im selben moment ja im selben moment c das war jetzt ne ist nicht mobbing aber es ist halt einfach nur blöd weil kein plan es geht halt einfach auf die nerven hey jungs hast du jetzt mal mit in der linie laufen ja ich bin noch an der linie ich habe gerade nur was für sie in x gedrückt ja aus habe ich nur hier halt links und freies feuer am haus am haus am haus am haus geradeaus durch das obere aus da rechts wir stehen mit dem rücken zu uns warum auch ein hit wenn ich auch hier einmal geht es nicht schlimm noch ein hit das gibt es doch nicht zur seite links auf meiner links gestaffelt auf meiner links auf meiner links auf meiner links auf oder das ja noch oder das ist ja das kaka auf meiner links von mir aber meint ich schieben bald aufs kaka geradeaus durch weiß feuer let's go gib den schön sieht sick aus wie volley wollen wir wieder ok liegt an nach dem nachladen anlegen weiß vorher ist nicht aktiv anlegen legt an legt an schlicht hier unten rechts die linie am weg anlegen schlicht rechts nein geradeaus rechts geradeaus rechts und feuer ohne benachiller hatten wir den hit wir fallen gleich zurück kehrt auf meine rechts gestaffelt vorwärts marsch gleich schritt gleich schritt gleich schritt kurz eingehend mal einsatz keine blobs keine blobs macht keine blobs machen ah fuck kurz den laufschritt wechseln um rüber zu springen oh nein nein oh seid ihr seid solche blobs ne komm und dann laufschritt laufschritt dann direkt hinter mir machen und dann eine linie hinter mir hinter mir hinter mir hinter mir oh mein Gott das dauert doch nicht seid solche blobs alter ja nehmt doch auch nicht den nehmt doch auch nicht den höchst die höchste zaunlazzi eben ich werd blobslazzi ja wer jetzt stirbt wer jetzt stirbt wer jetzt stirbt ist das ist natürliche selektion wirklich oh danke oh cool da kommen die schwarzen kommen wieder zuletzt sind die rechts noch guck mal einmal rechts ob die die jetzt kommen da wo wir gerade herkommen ja die stehen da wo wir standen mir nach marsch meiner links auf meiner links halt anlegen legt an legt an legt an komm 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 in die linie Feuer ja das war schon stark ja das war schon stark es war alles aktiv wir laden schneller nach als die halten ich hab sogar getroffen ja guck 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 ja ich weiß ich weiß ich weiß feistfeuer oh fuck schießt 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 komm Jungs ihr habt das komm Jungs ihr habt das ok was war denn das jetzt ich will chambern komm gib Keule hinter euch mach einer hinter euch oh my god er spammt einfach ja ähm Telefon wie viele leben wir noch 4 Crowlys ja also jetzt ist der auch klar ja Crowly hat ne Crazy hat das gemacht ne dann mir noch mal Linie halt erstmal nachladen nochmal willst du schießen lassen nochmal ojo wie gesagt die letzten übrigens nochmal ah ja perfekt geh jetzt helfen geh jetzt helfen geh jetzt helfen aber ich schieß nochmal ran wo sind die denn die bots 5 Leute 4 ah da geh näher ran Linie rechts halt anlegen so Feuer frei komm schießen jawoll und Split Charge auf geht's erstmal die Ehre genommen nimm mal extra raus extra 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 weil ich möchte jetzt lass den am besten das Duell dass wir irgendwie kommen nein ok ok das Duell hat sich anheben weg alle Mann GG schreiben geachset schieß ein schieß 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 Vielen Dank.